Oliver Pocher legte ein überraschendes Statement ab, er will nämlich die Geissens Töchter daten. Das steckt dahinter. Gerade ist viel los rund um Oliver Pocher. Der 45-Jährige durchlebt aktuell die Trennung von seiner Frau Amira, 31, und schießt in gewohnter Manier gegen seine Ex. Nun jedoch die Überraschung, plötzlich spricht er davon, eine romantische Beziehung mit den Töchtern der Geissens anfangen zu wollen. Dies äußerte er im Rahmen des, die Pochers, frisch recycelt, Podcasts. Hier spricht Pocher mit seiner, anderen, Ex-Frau Ilssandra, Sandy, Mai Wölden, 40, über die täglichen Dinge des Promi-Alltags. Unter anderem ging es in der dritten Episode darum, dass beide aktuell in Dubai gastieren. Dort sollte es zu einem gemeinsamen Essen mit den Geissens kommen. Doch kurz, bevor die beiden das vereinbarte Restaurant erreichten, wurde Oliver spontan ausgeladen. Was war passiert? Mai Wölden ging noch zu dem Treffen und konnte in Erfahrung bringen, weshalb der Comedian unerwünscht war. Angeblich habe nämlich Carmen, 58, zu ihr gesagt, der Pocher, mit dem setze ich mich nicht mehr an einen Tisch. Der Hintergrund scheint eine Parodie des 45-Jährigen gewesen zu sein, bei dem er sich über ein, wie er immer noch findet, relativ mittelmäßig, produziertes, Werbevideo von den Geissens Töchtern Schenaie, 19, und Davina, 20, lustig gemacht hatte. Für Carmen sei es in Ordnung, wenn man sich über die Erwachsenen lustig mache, bei den Kindern höre der Spaß aber auf. Angeblich hatte Pocher auch gar keinen Bock, mit denen essen zu gehen. Vor allem würden sie sich eh bei etwaigen Veranstaltungen wiedersehen. Doch er hat noch eine andere Idee. Ihre Töchter kommen ja jetzt ins Alter, wo sie für mich auch interessant werden. Als Brautmutter müsste Carmen ihn dann spätestens am Traualtar treffen. Die Wahrscheinlichkeit, dass dies eintrifft, würden wir allerdings eher gegen Null schätzen.